ich komm nicht hoch ich häng fest wo bei dir ich hör den nachladen ein seh ich einer down du musst mich helfen du musst helfen tot beide tot ich muss mich heilen der andere liegt hier ich lasse was drin war technisch nur die muni raus das kannst du mitnehmen ich heil mich noch mal scheiß muss mich heilen nicht ballern letzte heilung die ich jetzt habe ich bin voll wollen wir rüber signal detector gehen über die brücke hier oben warte ich muss nachladen der wäre 21 oder was hat ein 21 jahre ist nice also lädt er die nicht voll ist ja meine ausdauer gar nicht das auch manchmal dass die ausdauer einfach nicht da ist jetzt taucht ihr es auf 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 also wir haben noch zwei gegner teams oder da hier keine türen offen sind sind die auf der anderen seite unten wahrscheinlich gespawnt ich gehe hoch hast du da hast gehört ja manchmal gleich eine karte auf alle da der andere bist du die sind alle da also zum kräsor noch schnell vor denen da schon mal ganz unten wahrscheinlich auch noch im container gehen gegen die strömung es geht nicht aber das ist eine wachkiste wo sie hier was haben noch weiß nicht was drin ist okay dann öffne mal direkt die sind noch weit noch weg wegen kämpfen die denn aber wir müssen hier kann man nicht öffnen müssen schalter noch finden ich habe auch ein aktiviert ich habe aktiviert ich lasse ordentlich was drin ich nehme einmal gewährt drei raus davon habe ich so wenig obwohl ja gewährt die materialien kannst du alle haben bis auf chemikalien okay dann also zurück die häuser mitnehmen auf dem rückweg der lädt die waffe nie voll das ist schon scheiße weiter ich gehe wieder rüber dann könnt ihr nochmal den sender betätigen vor ich weiß nicht ob die jetzt schon gleich da sind ich glaube die wände auch hingehen die wollen wissen die waren doch auf eurer seite oder nicht aber gerade eben laut schlüssel kam mir das davor als wären die nicht mehr auf unsere seite ich glaube ich werde das dach gehen wir bleiben auf dieser seite und gehen hier hinten dann einfach raus würde ich sagen die ist kurz bevor der weihnachtsmann kommt ja ich gucke mal eben ob ich die irgendwo sehe also ich bin mir sicher die sind jetzt gleich irgendwo da beim signaldetektor direkt unten links weiter kann ich war hin ja die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser ausgelöst weil die schätzungsweise und haben sie den high loot mitgenommen ja finde ich gut job ist jetzt eigentlich nicht so richtig für mich mal wäre schön aber willst du darüber und dann noch norden ja wahrscheinlich schon sehen wir gleich ob der klopft gleich jemand rennt haben wir hier sagen wir noch ein paar häuser wieder zurück rennen aber wenn eine da ist noch alle drei da die werfe schon wieder nicht voll verschwinden die schüsse und munition die gehen fast immer los irgendwo sind immer autos ich habe das schon so ich mache die autos gar nicht mehr auf gehe ich gar nicht mehr bei ich kann einfach weil ich jetzt kann man es ja machen aber wenn ich starten so fange ich direkt an und gehe auf quasi auf die wichtigen sachen die der nähe sind und dann ja wenn man gegner hat den man dann niedergestreckt hat man hast ja schon genug gut weil der schon blutet hat meist ist das schon ausgang ich lasse mal das große haus hier rechts ist direkt rein ich guck mal hier links noch eben es läuft noch keiner mit dem loot ne warten bestimmt ja ich habe schon einen so ausgegraben rein zufällig sogar das war dann manchmal ist auch echt viel scheiße ja alles mitnehmen das ist gut mein ausbau ja noch mal fertig machen ok dann geht's raus was weil ich hier mal raus gehe wenn ich hier raus gehe ich renne mal hier rechts um diesen dicken felsbrücken rum zu wenn hier warum zu weil da hinten ist halt straight dass da welche sind ich kann dann immer hier um zu und hier vorne an dem stein da unten kannst du quasi extrakten das ist mega gut essen kannst von hier gut leute beobachten oder meistens und hier und hier kannst extra da musst du nicht direkt ins offene messer rennen da nächste runde bin ich damit sterben zwei getötet ja 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 ja